Wenn man so in die Werbung hineinschaut, sieht man nur das wunderbare Österreich mit der Landwirtschaft oder irgendein Skandal. Aber da ist so viel dazwischen. Im städtischen Bereich, da wünscht man sich noch, dass am liebsten das Ungarn mit der Hand zupft wird und dann sage ich immer, wer soll das machen? Du gehst ja auch nicht mehr zu Fuß hunderte Kilometer. Die Wünsche, ja, die werden von der Werbung geweckt, wo eigentlich gar keine sind. Ich glaube, es ist großes Potenzial in der Landwirtschaft, speziell in Österreich, weil wir sind, wie wir sind. Welche Wertschätzung müsste eigentlich der Konsument oder müsste den Menschen, den Bauern geben? Wenn wir eine Herkunftskennzeichnung hätten, wäre das so eine Versicherung, die Wertschätzung dann auch einzufordern. Nie zu viel verbrauchen, sondern das zu gebrauchen, das zu genießen, was man braucht. Nur zu konsumieren, wenn mir dann die Zukunft eigentlich egal ist, ist nicht fair. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft leben. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und bei mir heute zu Gast ist Maria Radler. Ich freue mich voll, dass du da bist, weil ich das nämlich immer sehr spannend finde, dass es ganz wenig Frauen in der Landwirtschaft gibt, die was jetzt auch immer wieder ein Wort quasi erheben, beziehungsweise eine Stimme. Und man hat natürlich im bäuerlichen Bereich sehr oft Männer agierend. Und darum freue ich mich voll, dass ich heute einmal eine Frau aus und in der Landwirtschaft bei mir da habe zum Gespräch. Voll schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank Maria. Ich freue mich wirklich, dass ich in Schladming sein darf und dass wir heute miteinander über Landwirtschaft, über Essen und generell über die Lebensmittelproduktion reden dürfen. Genau, wir haben uns ja kennengelernt, mal bei einer Versammlung und da war für mich voll spannend, wie du zum Sprechen angefangen hast, dass du ein bisschen aus der Seele gesprochen hast einerseits und ich auch wahrgenommen habe, bei dir geht es wirklich ein bisschen tiefer. Und dass die Menschen, die uns jetzt gerade zuhorchen, auch dir ein bisschen kennenlernen, war natürlich jetzt ganz spannend. Woher kommst du und wo bist du jetzt gerade am Agieren? Also du bist ja jetzt nicht wirklich, also du bist auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, aber du bist jetzt nicht voll Blutbayerin quasi gewesen von Anbeginn, sondern hast noch ein bisschen andere Erfahrungen gemacht im Bereich des Tourismus eigentlich und bist dann erst zur quasi Vollerwerbsbayerin jetzt gemeinsam mit deinem Mann geworden. Vielleicht magst du uns einfach deine Geschichte ein bisschen erzählen. Mein Name ist Maria Radler, genau, und ich bin in Barzell aufgewachsen, auf einem kleinen Bauernhof und habe dort meine Lehre gemacht im Ort als Koch und Kellner und bin dann durch meine Arbeit einmal aufs Schiff gegangen, auf ein Kreuzfahrtschiff, habe dort die Karibik erleben dürfen und habe dann im Zuge dessen in Amerika meine Managementausbildung gemacht in der Hotellerie, habe dann drei Jahre lang in Irland leben und arbeiten dürfen, bin im Zuge einer Weltreise auch nach Neuseeland gekommen und nach Australien, wo ich auch arbeiten habe dürfen. Das waren sehr viele kulturelle Eindrücke und kulinarische Eindrücke vor allem. Und dann war für mich die Entscheidung, ja, wieder zurückzukommen zum Nabel der Welt, ins Müllviertel. Und da habe ich dann meinen Mann kennen und lieben gelernt. Und jetzt bin ich Landwirtin im Vollerwerb auf einem Milchviehbetrieb im Müllviertel. Und da wirtschaften wir gemeinsam mit unseren drei Kindern und den Schwiegerländern am Hof. Wie ist jetzt eigentlich ein Hof aufgebaut oder beziehungsweise wie bewirtschaftet ihr den? Wir haben Milchvieh, das heißt wir haben Kühe und mit der Milch hauptsächlich verdienen wir unser Geld. Wir versuchen eine standortgerechte Landwirtschaft zu führen mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Also ökologisch und ökonomisch sinnvoll im Sinne der Kreislaufwirtschaft zu wirtschaften. Und das versuchen wir sukzessive immer zu verbessern. Es gibt, wir haben auch Stallzubauten gehabt, dass unsere Kühe haben einen Wintergarten bekommen. Sie haben einen Laufhof, also sie können sich im Winter anschneiden lassen und im Schnee spülen, wenn sie wollen. Sie können draußen liegen, auch im Winter, in der Nacht, im Sommer. Wir versuchen es ihnen so gut wie möglich zu machen, weil wenn es unseren Tieren gut geht, geht es uns gut. Und das ist unsere Lebensgrundlage. Also standardgerecht heißt ja einmal zu wissen, erstens einmal was auf dem Standard optimal ist. Dann standardgerecht bedeutet natürlich, wie du jetzt gesagt hast, ökonomisch, ökologisch am Optimum zu produzieren. Wie seid ihr zu dem Punkt gekommen, dass jetzt war es, das ist jetzt eigentlich das Optimum oder seid ihr da schon oder seid ihr da am Weg? Wir sind auf einem guten Weg, weil wir kaufen nach wie vor Eiweißfuttermittel zu, weil wir noch nicht ganz sicher sind, welche Eiweißmittel wir anbauen, damit wir das auch kompensieren können. Wir brauchen die Energie für die Kühe, dass sie gesund bleiben. Und da wird Rapsschrott zugekauft und in einer Weise verfolgen wir das, dass wir dann vielleicht Lupinen anbauen oder das noch ein bisschen perfektionieren. Wir füttern auch Kleegras oder Gras allgemein. Also unsere Kühe bekommen ab Mitte April bis Oktober frisches Gras vorgelegt. Wir haben auch Silage und Heu und das kommt alles aus der eigenen Produktion. Genau, also was habt ihr für einen Steuerdurchschnitt für alle Zuhörer? Die muss jetzt mit dem nichts anfangen können. Circa 8.800 Kilo, circa. Das ist jetzt so ein, circa. Es gibt Milch pro Jahr. Genau, eine Kuh. Eine Kuh pro Jahr Milch. Das ist jetzt nicht das Top, das ist ein guter Mittelwert. Aber so wollen wir auch unseren Betrieb führen. Wir sind jetzt nicht in der Spitzenleistung, wo wir hinwollen. Wir wollen einfach eine gesunde, homogene Herde, die man gut führen kann, dass sich alle wohlfühlen. Man muss alle Kühe möglichst gut versorgen können. Das heißt, ihr seid so nicht im Mittelfeld, sondern ein bisschen über dem Mittelfeld, würde ich jetzt einmal sagen. Wo halt das Optimum auch im Betrieb steht, mit den Mitteln, was man zur Verfügung hat. Und das braucht es, dass du wirklich ökonomisch davon leben kannst, also im Vollerwerb. Genau. Das muss man dann auch natürlich bedenken. Nur ökologisch muss man sich dann wirklich die Gedanken machen, dass das ganze Konzept am Hof einfach stimmig ist. Dann läuft es auch rund. Und dann verdient man auch Geld. Das ist ein Aspekt, den du ein bisschen einbringst, auch mit deiner Management-Ausbildung, glaube ich, die du einfach jetzt woanders als Erfahrung gemacht hast, beziehungsweise als Ausbildung. Und wie wirkt sich das jetzt auf euch im Betrieb aus, dass du da einfach ein bisschen eine andere Erfahrung beziehungsweise diese Management-Kompetenz einfach hast? Ja, da kommen entweder eher schon ganz andere Aspekte auch dazu, dass wir auch immer mehr ökologisieren und von der Masse auch wecken möchten. Mein Mann, muss ich aber so sagen, ist schon federführend. Also er hat das auch gelernt. Und wir kennen unsere Zahlen und wir wissen ganz genau, wie man diesen Betrieb führt, dass er funktioniert. Und ich bin eher so, die Impulse gibt, dass man ganz andere Dinge andenkt, wie Lupinen anzubauen oder dass man auch sich mit C4-Pflanzen auseinandersetzt, wie zum Beispiel Mais. Das wird bei uns angebaut. Aber durch den Klimawandel wird es vielleicht auch immer mehr Thema werden, auch bei unseren Breitengraden, dass man solche Pflanzen, die einfach höhere Umgebungstemperaturen besser verkraften. Also das heißt, sie können mehr CO2 speichern, weil sie die Stomata nicht schließen müssen, weil sie den Haushalt, den Wasserhaushalt nicht so regulieren müssen wie eine normale Süßgraspflanze. Es wird da auch hingeforscht und es gibt da auch, aber die haben das von Haus aus, weil sie zum Beispiel Mais aus Südamerika importiert wird. Der hat das schon drinnen in den Genen. Es gibt Amaranthware auch sowas oder Hirse, dass man solche Sachen... Und diese Impulse gebe ich dann und mein Mann ist eher so dann in der praktischen Umsetzung. Ich bin eher so der Architekt und er baut dann, eher so kann man das sagen, dass das auch funktioniert. Weil oft habe ich Ideen, die was einfach wunderbar wären, aber einfach nicht wirklich Sinn machen. Und das muss ja Sinn machen, dass es arbeitstechnisch ausfunktioniert und dass das auch den Ertrag bringt. Und so haben wir, glaube ich, ein gutes Team. So ergänzt es euch eigentlich gut. Ja. Normalerweise ist es immer klar zuordnbar, man ist ein Bio-Betrieb oder man ist ein konventioneller Betrieb. Immer mehr und mehr sind einfach Betriebe jetzt nicht mehr so eindeutig zuordnbar, was ich eigentlich eine voll schöne Entwicklung sehe, weil wir als Landschaft leben, voll und ganz hinter einer standortgerechten Landwirtschaft stehen, wo man einfach ein bisschen mehr mit dem arbeitet, was steht mir zur Verfügung. Gehen wir da nochmal ein bisschen hin. Ihr habt einen sehr hohen ökologischen Anspruch grundsätzlich, findet es euch aber jetzt nicht als Bio-Bauer. Nein, weil Pflanzenschutz für uns schon ein Thema ist. Um das Korn einfach gesund zu halten, um den Ertrag auch zu sichern, ist Pflanzenschutz für uns wichtig. Und das macht der Großvater, mein Schwiegervater, und der macht das wunderbar. Der kennt seine Pflanzen, der geht wieder früher aufs Feld und schaut sich die Pflanze an. Er geht auf die Nacht aufs Feld und schaut sich die Pflanze an. Und wenn Bedarf ist, dann wird Pflanzenschutz eingesetzt. Und so sollte es dann auch sein, wenn das so sein muss. Und wir sagen, wir nehmen uns das Beste vom Angebot, was da ist. Wir sind nicht biologisch zertifiziert, weil das für uns in unserer Betriebsweise nicht wirklich den Sinn macht. Aber das ist eine Wirtschaftseinstellung, wie du deinen Betrieb führen möchtest. Also das ist individuell. Also ein Bio-Betrieb kann genauso wunderbar wirtschaften wie wir. Aber das ist einfach die Einstellung, die persönliche, wie man das gerne haben möchte. Und wie man das dann auch umsetzt. Als Konsument ist es immer so, dass man sich voll gern einfach das Vertrauen hat gegenüber den Bauern. Und auch einfach in dem Vertrauen wiegt quasi, dass das so gemacht wird. Jetzt hat man natürlich, wenn man eine Zuordnung hat zu irgendwas, eine ganz klare Sicht. Dass man auf das vertrauen kann, dass das so sein wird. Ich finde den Gedanken aber immer voll schön. Und das war das, umso mehr ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Dass ich einfach gemerkt habe, es ist nicht so schwarz-weiß. Es ist einfach irgendwo dazwischen. Und im Endeffekt, mir taugen eigentlich am besten jene Bayerinnen und Bauern, die sich wirklich mit ihren Grund und Boden voll auseinandersetzen, wissen, was in ihren Boden ist. Und auch was auf ihren Reföder passiert. Auch mit ihren Refüchern einfach voll im Einklang sind, dass sie sich einfach um das voll kümmern. Da weiß ich immer, da bin ich voll richtig. Und dann fällt eben dieses Zuordnbarsein zu irgendeinem Programm oder was auch immer voll schnell weg. Da müsste man natürlich total nah am Bauern sein und an der Bayerin, dass man das auch wirklich noch gespürt. Was würdet ihr, dass die Menschen mehr und mehr diese Sicht wieder auf die Bäuerlichkeit kriegen? Also ich finde, das ganz wichtig ist, dass in den Schulen schon begonnen wird. Also speziell bei uns in der Volksschule. Die Kinder von der Volksschule kommen zu uns beim Wandertag. Das ist möglich. Die Kinder, die Kinder, da gängern das, ja. Die schaffen das bis zu uns ohne einen Bus. Und dann gibt es eine Jause und dann gibt es das, was wir am Hof machen. Die Oma braucht ein Brot und wir machen einen Käse. Und da gibt es ein wenig was zum Essen und dann schauen sie sich den Hof an. Und dann sehen sie einfach, wie wir leben. Sehr unspektakulär, ja. Es ist einfach unser Leben am Hof mit den Tieren, mit den Schweinlern, mit der Katz, mit dem Hund und mit den Kaiberl. Und da zeigen wir einer was und dann verstehen sie es auch, warum das so ist. Und Kinder sind sehr ehrlich und die sehen sehr viel, was vielleicht der Erwachsene gar nicht mehr sieht. Und da möchte ich vielleicht auch dazu sagen, wir haben Zwillingskühe. Die Salz und die Zucker sind Zwillingsschwestern. Und die Salz gehört der Teresa, unserer mittleren Tochter. Und die sitzt ja auf, ja auf die Kur. Also die sind wirklich innig. Und das ist ein ganzer, hat ein gutes Gemüt, wenn man so schön sagt. Und die Zucker hat uns Drillinge geschenkt. Wir haben von der Kur Drillinge gekriegt und das war wirklich ein Geschenk. Und es ist wirklich wahrscheinlich das einzige Mal bleiben, dass uns das am Hof passieren darf. Und bei der Salz, die war auch trächtig. Und die Teresa hat schon lange gewartet aufs Kaiberl, weil 40 Wochen sind lang für ein Kind. Und wir haben sie leider nicht retten können. Sie ist leider an Todgeburt gewesen. Und es tut einem wirklich weh, wenn man sowas hat. Aber es passiert. Und der Opa geht runter zum Kaiberl und gibt ihr die Ohrmarke, weil es auch registriert werden muss. Auch ein totes Kalb wird registriert. Und Teresa geht gerade runter zu der Schule und sieht das. Und da liegt normalerweise kein Kaiberl. Oder da ist nichts. Was tut der Opa da mit einer Ohrmarke? Und natürlich kommt sie völlig niedergeschlagen und wirklich traurig in die Schule. Und es ist Thema in der Klasse. Aber was ich damit sagen will, es ist kein einziger Vorwurf, der von den Kindern oder von den Eltern hat gesagt, was tut sie mit euch rief ich, sondern weil die sehen, wie wir arbeiten. Und wo Gesundheit ist, ist Krankheit. Und wo Leben ist, da ist Tod. Und das gehört alles zusammen. Auch auf dem Bauernhof. Da kann man sich nur so viel kümmern. Das gibt es auch. Und das wollen wir auch transportieren. So, wie es einfach ist. Also nichts werbemäßig. Wenn man so in die Werbung hineinschaut, sieht man nur das wunderbare Österreich mit der Landwirtschaft oder irgendein Skandal. Aber da ist so viel dazwischen. Und das ist mir oder uns wichtig, einfach zu erzählen. Und das ist oft sehr unspektakulär. Aber genau da passieren, glaube ich, die guten Dinge. Ja, es ist grundsätzlich einfach ein einfaches Leben. Wir haben uns schon öfter darüber unterhalten, dass eigentlich in der Einfachheit auch die totale Erfüllung liegt, in einer gewissen Weise. Weil wenn man so viel braucht und so viel verbraucht, dann ist man immer zwar abgelenkt und beschäftigt, aber man hat eigentlich nie wirklich das Gefühl des Glücks oder der Zufriedenheit einfach einmal. Und bei der Einfachheit merke ich immer wieder, dass man einfach schneller zu dem Punkt kommt, dass man einfach einmal zufrieden ist. Es ist eine sehr befriedigende Arbeit. Es ist hart, es ist wirklich echt oft zart und schweißtreibend. Aber am Ende des Tages siehst du einfach, was du da hast. Und auch mit den ganzen Lebensmitteln, die wir produzieren, speziell wir am Hof, versuchen auch viele Lebensmittel, die rund um uns sind, einfach zu nutzen. Für uns zu nutzen. Da geht es jetzt gar nicht so, dass man das auch verkauft, sondern einfach von diesem Bauernhof auch gut zu leben. Ja. Ihr sagt jetzt 80 Milchkir. Das ist jetzt für Österreich, wir haben durchschnittlich 16 Milchkir quasi über den Durchschnitt gerechnet in Österreich pro Betrieb. Das ist jetzt eigentlich ein größerer Betrieb. Eigentlich auch schon gewisse Spezialisierung in dem Sinn, auf jeden Fall. Wenn man die jetzt so wahrnimmt, dann denkt man eher an so einen idyllischen Bauernhof, wo man eben wahrscheinlich so maximal 16 Kier hätte. Und dann vielleicht eben auch noch das, was man sich sonst beim Bauernhof immer vorstellt von früheren Zeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das findet man natürlich nicht mehr durchgängig. Aber dass man wirklich ganz viele verschiedene Viecher auch hat. Und das habt ihr, glaube ich, auch Hausschweine. Ja, genau. Wir haben immer ein Schwein, also die Schweine kommen von einem Betrieb zu uns, der meistens irgendwas hat, das Schwein. Irgendwie, da kommt es nicht so zusammen in der Gruppe. Oder es hat einen Nabelbruch. Und das kriegen dann wir und das ist dann unser Schweinefleisch. Und die heißt Rose. Jede Schwein bei uns heißt Rose. Und ja, die lebt mit uns mit. Aber wir haben vor ein paar Tagen, haben wir die dann zum Schnitzel gemacht, sozusagen. Wenn Rose über den Hof geht, wissen alle, jetzt ist es soweit. Und die Kinder sind auch da mit dabei. Also beim Tötungsakt direkt nicht, aber danach ist, eigentlich wird das gelebt. Beim Aufarbeiten quasi sind die Kinder dabei. Absolut. Das ist ganz wichtig. Speziell Katharina. Also ohne ihr geht der Fleischwolf nicht. Ja. Das ist ganz spannend eigentlich, wenn man das ganz normal mitlebt. Ist da eigentlich überhaupt kein Panik oder Angstzustand oder so irgendwas? Nein, eigentlich nicht. Und wir versuchen das auch wirklich so gut wie möglich zu machen. Töten ist nie schön. Aber wir sind sehr dankbar, dass man das auch kann. Dass man sagt, okay, das ist machbar bei uns. Und wir verarbeiten auch wirklich sozusagen in diesem Schlagwort Nose to Tail. Also die Schwanzerl wird gebraten und das ist eine Delikatesse. Also verarbeitet es alles? Ja, auch die ganzen Innereien. Also Leber, Herz, Lunge, Niere, Milz, Zunge. Wird alles verarbeitet. Versorgt es euch ihr sonst auch selber oder kauft es ihr schon noch ein? Natürlich kaufen wir ein. Das ist ganz klar. Wie schaut jetzt bei dir, also wie schaut bei einer Bayerin jetzt das Einkaufen aus? Also ich bin ja da immer, ich weiß immer, bei mir verstecken sich schon alle, wo ich einkaufen gehe in der Bayerin. Weil das schaue ich immer ganz genau. Aber das tue nicht nur ich natürlich so nicht. Das darf man sich wirklich, das muss man sich auch hernehmen. Sehr viele Konsumenten schauen. Schauen ganz genau ein, was Bayerinnen und Bauern einkaufen. Weil es auch einfach wichtig ist, dass da den Zusammenhang auch irgendwie sehen, was ist wertig, was ist nicht wertig. Und ja, jetzt bin ich gespannt, auf was schaust du beim Einkaufen, beziehungsweise wo kaufst du einen? Kaufst du bei deinen Kollegen? Ich merke immer, dass ganz wenig Bauern bei Bauern einkaufen. Nein. Aber bei dir ist das anders. Das Rindfleisch kommt von der Rose. Die ist über den Hügel. Das ist ein Bio-Betrieb. Und die haben auch das Gewöp in einen Berg betreiben. Dann, vor ein paar Tagen, habe ich mir bei der Lisi zwei Mast hergeholt. Die hat Mast her. Das ist auch eine Bayerin. Die macht sowas noch nebenbei. Das habe ich selber nicht. Nein. Ganz wichtig. Bauern für Bauern. Ich finde, das ist essentiell, dass man sich da gegenseitig verständigt. Halt bei dir mehr Milch? Ja. Ein paar Noppern kommen. Wenig. Könnte sehr viel mehr sein. Aber durch das, dass es Rohmilch ist und natürlich selbst dann abgekocht wird. Aber die holen sich das und lassen sich das selber runter vom Tank. Ja. Und wenn du jetzt mit dem Einkaufswagerl durch den Supermarkt gehst, wo es… Supermarkt ganz selten. Weil es anders auch geht. Weil mir das wichtig ist, weil ich ja das auch transportieren kann. Dann kann ich ja nicht selber irgendwo anders was billig einkaufen, wenn ich das selber ja nicht will. Ich möchte ja Wertschätzung für mein tun, für meine Lebensmittel. Wir ernähren uns sehr regional. Und zum Beispiel gibt es auch einen Supermarkt, der hat immer so Gemüse. Gemüse und Obstsackerl. Das sind so vom Vortag. Das ist so… Wie soll ich mal sagen? In diesem Sinne, dass man das retten kann. Das ist Gemüse. Das ist zusammengepackt und da kriegst du, was du kriegst. Und das hole ich mir auch. Und da freuen sich die Menschen. Mein Gott, wenn da eine Banane drinnen ist, werde ich die kaufen nicht. Oder Avocado. Halleluja. Kiwi. Wenn da Kiwi drinnen ist, die wird es aufgeteilt, weil die würden alle haben. Und das ist dann auch wichtig. Und das möchte ich auch den Kindern einfach auch mitgeben. Also Magdalena liebt Kokosnuss. Sie darf sich zum Geburtstag wünscht sich Kokosnuss. Und dann kommt der Papa mit der Bohrmaschine und dann wird die da aufgebohrt und dann ist das euer Erlebnis. Ich möchte schon, dass meine Kinder auch andere Geschmäcker und dergleichen mitbekommen, weil ich das auch alles haben durfte im Zuge meiner Reisen dazumal. Aber bewusst, nicht einfach tagtäglich, ohne nachzudenken, sondern wirklich sagen, okay, das ist was Besonderes. Lass dir gut schmecken. Aber der Frühstückstisch ist bei uns wirklich, ja, hausgemacht. Die Oma macht das Brot, da ist der Topfen da und die Marmelade ist hausgemacht. Und sonst, Butter kommt von der Melkerei, ist nicht immer frisch. Aber Butter essen wir nicht mehr, das ist ein Topfen mit Marmelade. Ach, das mag ich auch nicht gerne. Ja, finde ich auch. Nein, es ist mir wichtig. Da muss ich auch noch arbeiten dran, aber es wird immer besser. Jetzt machen wir einen kleinen Schwank zur österreichischen Landwirtschaft. Das würde mich jetzt voll interessieren. Wie deine Sicht auf die österreichische Landwirtschaft ist? Also wie nimmst du die österreichische Landwirtschaft, auch die Bayerinnen und Bauern, aktuell wahr? Ich glaube, es ist eine sehr schwierige Zeit, wirklich mit Landwirtschaft zu beginnen, wenn man gar nichts damit zu tun hat. Auch wenn man wohl einheiratet, da sind immer noch Strukturen, die aufgebrochen werden. Aber sie hat wahnsinnig viel Potenzial. Da ist so viel an verschiedenen Farben da. Wirklich ein bunter Regenbogen. Und ich glaube, Österreich, weil es so kleinstrukturiert ist, gibt es für den Konsumenten also nichts Schöneres, als wenn man beim Bauern das Soch einkaufen kann. Und wenn wir Bauern verstehen, das zu kommunizieren, dann hoffe ich, dass wir auch einmal die Wertschätzung, die so gefordert ist, auch zu bekommen. Ich glaube, es ist großes Potenzial in der Landwirtschaft da, speziell in Österreich. Weil wir sind, wie wir sind. Wenn man nur aus sich schaut, wenn ich da einhergefahren bin, jetzt scheint die Sonne da in Schladming. Es ist ja herrlich, was wir alles machen. Speziell die Bauern da herinnen. Die ganze Arbenwirtschaft, was betrieben wird. Wenn es dann weitergeht, inwiefern wir auch für den Tourismus da sein, das, was ja auch Österreich ist, ist Landwirtschaft und die Arbeiterin eine sehr zukunftsreiche, würde ich einmal sagen. Also ich habe große Hoffnung, auch mit der ganzen Technologisierung. Man kann sich ja das Gute wie bei uns auch. Wir sind jetzt kein so, wir sind ein moderner Betrieb, aber wir nehmen uns vor allem, das Beste von beiden Welten und schauen auch die Tradition und das Althergebrachte in Ehren zu halten. Aber mit Innovation, mit Technik, um uns einfach das Leben auch leichter zu machen. Und da finde ich ist nichts Schlimmes dabei. Da braucht man eigentlich nur die Sicht ein bisschen näher hergeben. Ich merke immer wieder, gerade wenn wir die Themen in den Schulen machen und so weiter, dass man wirklich ein bisschen versteckt, dass die Technologisierung eigentlich schon, dass wir mittendrin sind im bäuerlichen Bereich. Und wir sagen immer noch, keine Ahnung, Handmöchende oder Milchamp-Parschierwende leid. Und im Endeffekt schaut es natürlich schon ganz anders aus. Wenn man die Sicht darauf hätte, wäre es vielleicht ein bisschen anders, dass man einfach wirklich gar nicht... Ja, ich sehe das immer, wenn die Kinder die Fotos von einem Milchroboter sehen oder so irgendwas und das ist das Erste, wie zum Beispiel Milch generiert wird oder so irgendwas, dann haben sie überhaupt kein Thema. Dann sind sie eigentlich eher Wahnsinn. Irgendwer hat das immer mit den Händen und es ist wirklich unglaublich. Aber es ist immer so, dass man diese Bilder herzeugt und das eigentlich das Auslösen, dass sich jeder nach dem sehnt, ein bisschen nach dieser Handarbeit und so weiter. Und ich merke das immer wieder, vor allem im städtischen Bereich. Da wünscht man sich nachher, dass am liebsten das Unkraut noch mit der Hand zupft wird, so ungefähr. Und dann sage ich immer, wer soll das machen? Machst du sowas? Und dann sagen mir die Leute immer, nein, ich nicht, aber irgendwer wird schon machen. Aber wer soll das machen? Also wer soll in einem wohlhabenden Land oder überhaupt in Ländern wie in Europa oder wo auch immer, wo es uns einfach voll gut geht, wer soll diese Arbeit machen? Und das ist schon ganz spannend, dass dann jeder natürlich sofort sagt, ja, natürlich niemand eigentlich. Und dann ist man an dem Punkt, ja, wer soll es dann machen? Natürlich macht es dann eine Maschine. Du gehst ja auch nicht mehr zu Fuß hunderte Kilometer, sondern du fliegst oder fährst mit dem Auto oder was auch immer oder mit dem Zug oder mit dem Bus. Du hast zuerst gesagt, Maria, es wäre schön, wenn die Bauern diese Wertschätzung kriegerten, was sie eigentlich verdienen oder beziehungsweise was in einem Zustand. Was ist diese Wertschätzung und welche nicht kommt eigentlich nicht? In Österreich sind wir eigentlich, die Österreicher kaufen sehr gern Österreich, muss man wirklich sagen. Also Österreich im Vergleich mit anderen Ländern sind eigentlich die Konsumenten so, dass sie sehr oft und patriotisch zu österreichischen Produkten greifen. Das kann natürlich immer mehr sein, das ist logisch. Aber grundsätzlich sind wir da gut unterwegs, jetzt wo wir so im Vergleich mit anderen Ländern sind. Mich würde jetzt interessieren, was findest du, welche Wertschätzung müsste eigentlich der Konsument oder müsste den Menschen, den Bauern geben? Das würde ich so sehen, dass wenn sie alleine schon bei uns Urlaub machen, dass sie auch diese wunderbare Landschaft zur Kenntnis nehmen und wertschätzen. Und dann auch, wenn sie, ja, in einer, wie soll ich das jetzt sagen? Ich denke mir, in Österreich, glaube ich, kann man alles versichern. Wir sind, glaube ich, ein Land, wo man gerne und alles versichert und auf der sicheren Seite ist. Und ich glaube, wenn wir eine Herkunftskennzeichnung hätten, wäre das so eine Versicherung, die Wertschätzung dann auch einzufordern oder zumindest dem Konsumenten die Entscheidung zu geben, ja, ich kaufe Österreich, weil er es sücht, weil es einfach da ist und er sich aktiv dafür entscheiden kann. Und so ihm zu sagen, ja, das ist Österreich und dafür entscheide ich mich. Dass man, wenn man in ein Gasthaus geht, auch wirklich das bekommt, was die Landschaft ja eigentlich vorgibt. Das wird für mich dann die Wertschätzung kommen, dass auch die Leute, die was damit arbeiten, nicht das Billige einkaufen und damit Geld lukrieren, sondern auch wirklich, ja, dazu stehen und sagen, nein, ich kaufe das von Bauern und Regionalität heißt ja nicht übernächstes Dorf oder nächstes Dorf. Das kann ja auch in einem nächsten Bundesland sein, wo ich dann vielleicht einen Reiseinkauf, der was eh in der Steiermark oder im Burgenland produziert wird. Oder ich habe einmal ein Schmankerl aus der Steiermark oder der Styroli und ich bin aber im Mühlviertel daheim. Und das würde jetzt die Dinge zusammenführen, würde ich einmal sagen. Dass dann die Wertschätzung auch, die was wir uns selber ja so wollen und auch einfordern, beim Konsumenten dann auch wirklich, ja, versinnbildlicht wird, dass der das auch versteht. So würde ich das sagen. Das ist natürlich leichter bei Dingen, wo man jetzt zum Beispiel eine Zusammengehörigkeit quasi hat, jetzt, wo es jetzt den Lebensraum betrifft, also wo ich im Berggebiet natürlich jetzt sage, ich trinke Milch, weil ich voll gerne Skifahren gehe oder weil ich einfach gerne am Land lebe oder weil ich dort gerne Urlaub mache, weil ich gerne wandern gehe und eigentlich gerne einen freien Zugang zur Natur haben möchte. Dann habe ich natürlich den unmittelbaren Zusammenhang da. Den kann man noch, finde ich, immer ganz gut herholen. Wo natürlich dann viele Menschen sofort argumentieren ist bei Themen, wo es nie zu leicht ist. Wie jetzt zum Beispiel, wo ich sage, ein Schwein aus Österreich ist jetzt eigentlich nicht viel Unterschied zu einem Schwein in Deutschland. Außer, dass er Versorgungssicherheit halt in Österreich gewährleistet ist vielleicht noch, das kann man sich vielleicht noch einargumentieren. Aber grundsätzlich habe ich da natürlich diesen Lebensraum oder diesen Vorteil jetzt gar nicht so klar sichtbar. Wie würdest du den Vorteil? Nein, weil Landwirtschaft viel mehr ist. Sie bringt wirklich kulturelle Dinge. Auch wenn ich in der Stadt lebe, glaube ich, bringt Landwirtschaft sehr viel Wirtschaft ins Land, sehr viel Geld ins Land, weil es so viel dranhängt. Weil es so viel mehr an der Landwirtschaft hängt. In diesem Land, an dem Boden arbeiten wir, auf dem Boden leben wir. Und da, wenn wir keinen Boden nicht haben zum Leben, zum Arbeiten, wird alles andere einfach auch gehend. Und jeder will auch aufs Land. Auch in der Stadt, glaube ich, will jeder, der ein bisschen Freizeit hat, will ins Grüne. Und da geben die Bauern und Bäuerinnen ja ihre Wiesen und Felder und Wälder auch her, dass man da Urlaub machen kann. Und ohne dem geht es nicht. Und wenn wir da oder die Kühe nicht mehr grasen und das Grünland da erhalten, dann wird es das in irgendeiner Weise nicht mehr geben. Wenn man sagt, nein, Fleisch ist für mich kein Thema. Es wird, also eine Fabrik tut es mit Säcken, die was da, irgendwas Essbares zusammen, aus Säcken, Schüssel, Wasser oder was auch immer. Und das tut es dann für mich, weil die ethische Frage kann ich für mich nicht mehr beantworten. Dann wird es schwierig. Und da denke ich mir, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Landwirtschaft, die Bauern und Bäuerinnen und Bäuerinnen und Bäuerinnen und Bäuerinnen sagen, nein, es ist gut, was wir machen, für alle, für das ganze Land. In dem Sinn, dass wir das Land erhalten, im Sinne von Klimaschutz, die Böden, Wiesen, speichern CO2. Es ist ein Kreislauf, den wir wirklich haben in Österreich, weil die Landwirtschaft funktioniert. Wenn es natürlich im Kreislauf gewirtschaftet wird, in der Landwirtschaft noch, dann ist das mehr so. Genau. Und das machen wir und das versuchen wir wirklich zu transportieren, dass das gut ist. Auch wenn du kein Fleisch essen möchtest oder dich ganz anders ernähren möchtest, kannst du das andere nicht einfach absprechen und sagen, das ist schlecht oder die Landwirtschaft ist ein Klimakilo oder die Kuh. Nein. Das ist sowieso ein spannender Gedanke, wenn ich mir vorstelle, dass wir alle essen und essen müssen. Finde ich das immer sehr spannend, wenn man die Landwirtschaft so von sich weg entkoppelt. Das gehört einfach zusammen. Genau. Das geht nicht ohne. Punkt. Genau. Also wir sind alle Landwirtschaft, wenn man das so eigentlich betrachtet. Das glaube ich auch. In der Stadt genauso wie am Land. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, finde ich ganz spannend eigentlich. Wie sind alle Landwirtschaft, wenn ich das so sage, kann sich ein Konsument oft mehr damit sogar identifizieren wie ein Bauer oder eine Bayerin. Ja, na freilich. Warum ist das so? Ja, weil eigentlich wäre es ja ein schöner Gedanke, wenn man eigentlich aus der Landwirtschaft die Gedanken auch hätte, dass man sagt, man ist Landwirtschaft und man entkoppelt sich gar nicht so. Weil man nicht die Sicht von außen hat, weil man ja damit tagtäglich beschäftigt ist. Das fehlt, glaube ich, viel einfacher. Wenn man gar nichts damit zu tun hat, kann man viel freier denken und da kommen ganz andere Sachen, als wenn man tagtäglich mit der Arbeit beschäftigt ist. Und viele sind ja auch leider getrieben in ihrer Arbeit. Und es gibt viele Probleme auch in der Landwirtschaft, die man erarbeiten muss. Das sind jetzt soziale Themen, wie es leben viele Generationen noch auf einem Hof. Das ist auch nicht immer lustig für viele. Das muss man auch sagen. Dann der Standort oder die Wirtschaftsweisen oder der Hof wurde verschuldet übergeben. Wir sind Unternehmer und das muss man alles zusammenbringen. Und vielleicht kann man da nicht so frei denken, wie jemand anderen sagt, ja, eigentlich ist das wahr. Ich gehöre ja da dazu. Und es ist wirklich alles eins. Und wir zerfallen wieder in Einzelteile, damit etwas anderes wieder entstehen kann. Ich meine, du hast eh in Herrn, Professor, Doktor, Doktor, Magister, Gutenbrunner, nein, wie hat der Herr geheißen? Martin Grasberger, nein. Grasberger, genau. Ich habe schon einige gehabt, die waren relativ viele Titel dran. Genau. Und der hat ja auch das Buch geschrieben, leises Sterben. Genau. Und das ist, glaube ich, wenn man die Landwirtschaft da vergisst oder sich nicht wirklich dafür einsetzt, dann wird dieses leises Sterben einmal sehr laut werden. Und dann ist es zu spät. Und darum denke ich mir, möchte ich auch in die Öffentlichkeit gehen und sagen, die Bahnen in Österreich, die machen was Gutes. Auf jeder Art und Weise versuchen sie, das Gute zu machen. Jeden Tag mit viel Leidenschaft, mit viel Herz und mit wirklich körperlichem Einsatz, dass wir Lebensmittel produzieren, die qualitativ hochwertig sind, die uns Energie geben, zum Leben gute Energie. Weil wenn ich mir denke, diese neuwertigen Avocado, Goji, Beeren, Aki, Callaloo, Breadfruit, was auch immer da reinkommt, planten, das ist vielleicht nett, aber es ist nicht unseres. Wir sollten das brauchen, was wir da tagtäglich machen, produzieren, weil es einfach gut ist und keiner weiß, einen CO2-Abdruck hat. Meine Kuh zu Hause hat jetzt in dem Sinn nicht wirklich meine Milch, die, was ich trinke, oder die Butter, der Schnittlauch, das ist alles da. Und das hat genauso viel Wert, als wie eine Goji-Beere. Aber die ist für irgendwo. Also ja, Landwirtschaft ist, glaube ich, ganz was Spannendes, wahnsinnig Interessantes. Ja, braucht Leidenschaft, viel Handarbeit, aber ja, kann zufrieden sein. Wenn wir das in Österreich vergessen, dann ist es, ja, sollen wir nicht vergessen. Nein, schon gar nicht. Also für das sind wir ja am Start als Landschaft leben, dass wir das herzeugen, dass man mehr und mehr einfach da wirklich die Sicht kriegt auf das, was Landwirtschaft eigentlich bedeutet. Ich merke, dass es ganz viele Menschen eigentlich schon gibt, die was wirklich auch der Landwirtschaft voll positiv gegenübertreten, einfach generell, weil sie einfach sagen, okay, das ist einfach das, was ich isse, das ist das, was ich konsumiere im Lebensraum und so weiter und mit dem identifiziere ich mich auch und ja, zudem stehe ich auch. Also das muss ich schon immer wieder sagen, dass aus der Sicht heraus, wie Konsumentinnen, Bayerninnen und Bauern sehen, dass ich da schon sehr positiv Sicht, Großteils eigentlich mitkriege und dann gibt es natürlich immer Polaritäten, Randgruppen, die einfach gewisse Dinge bekämpfen, aber wenn du das hinterfragst, natürlich auch wieder, man kommt immer wieder zu dem Punkt, also wenn wer ganz radikal ist, in Schwarz-Weiß, da bin ich schon immer drauf gekommen, also da komme ich immer wieder drauf in jedem Gespräch, dass man sich da auch wirklich dann seine Sichtweisen so engstirnig zusammenlegen muss, dass man dort auf der Sichtweise bleiben kann, also wenn man sich ein bisschen aufmacht, dann weiß man einfach, dass das eben nicht schwarz-weiß sein kann, weil das Leben einfach nicht schwarz-weiß ist, das gibt es einfach nicht her und das ist ja gerade auch in der Landwirtschaft ganz spannend, weil ich finde immer, dass da das Pendant ein bisschen im Tierschutzbereich, im extremen, radikalen Tierschutzbereich zum Beispiel auch liegt, wo man wirklich dann, ja, gar nicht mehr wirklich, ja, an Versorgung oder an das, dass man einfach wirklich, ja, eine gewisse Weltbevölkerung zum Ernähren haben und so weiter, das blende ich alles aus, dass ich halt gewisse andere Standpunkte durchbringen kann und ich glaube, die Extremitäten, die wird es immer geben, aber was ich immer voll schön finde, wenn man nicht immer auf die schaut, weil die kann man eigentlich links liegen lassen. Im Endeffekt ist das völlig egal, extreme Ansichten wird es immer geben und wenn ich mich nicht im Extremen befinde, dann ist immer sehr, sehr viel möglich. Ja, das sage ich auch. Die Landwirtschaft ist ja so in keinster Weise spektakulär, aber wahnsinnig gut, weil es den Mittelweg und der Mittelweg ist, glaube ich, immer ein goldener Weg für viele, nicht für alle, aber für viele. Und wenn mir so ein bisschen auch in Österreich noch die Lebensmittelverschwendung ein bisschen in den Griff bekommen würden, das würde mich auch echt, ja, das würde mich wirklich freuen, weil das ist auch ein Herzensding von mir, weil ich auch immer sage, wenn zum Beispiel in den ganzen Büros, wenn die am Montag dann wieder, ja, ins Büro gehen und ihre Meetings haben und dann würden sie sagen, ich habe mir heute so einen armen Ritter bekannt gemacht. Und zwar, es war noch vom Sonntagsfrühstück ein Ei da und ein Brot und das haben wir uns in ein Rezept rausgesucht und das haben wir jetzt, ja, die alten Sachen, wo es man vom Vortag wiederverwertet, also einen guten Mittagssnack, Lunch oder Mittagessen gemacht. Und das wird dann hergezeigt und das ist Thema und das würde auf einen Status gepostet werden und das kriegt einen Hype, dass Lebensmittelverwertung in wird. Dass das, was wir so Armeleid essen, einen Status kriegt, dass das super ist, dass ich mich da nicht schauen muss, wenn ich was vom Vortag mithabe. Das würde mich echt gefallen. Das wäre so viel wert, weil die Leute müssen sich dann was überlegen, was mache ich denn mit meinem Sach, also mit den Dingen, mit den, ja, hoffentlich sehr wertvollen Dingen, was sie einkaufen an Lebensmitteln, dass sie das dann bis zum letzten Bissen auch noch genießen. Und wenn sie sich damit auseinandersetzen, dann haben wir schon sehr viel gewonnen. Sehr, sehr viel, nämlich ein Drittel haben wir aktuell weg. Das ist schon unglaublich viel. Und wenn wir diese wegkauen würden, dann würden wir uns wirklich beim einen oder anderen Mal vielleicht hochwertigere Lebensmittel kaufen können oder vielleicht die eine oder andere Aktion einmal nicht mitmachen müssen, weil im Endeffekt zahlt immer irgendwer für den billigen Preis. Und das könnte man da voll gut vermeiden. Und ich glaube, dass das mehr machen, zumindest für unsere Zuhörer, bin ich mir ganz sicher, weil wir ja sehr, sehr oft auf das aufmerksam machen, auch viele Tipps geben auf unserer Webseite, wie man das vermeiden kann. Und ja, so jemand wie du natürlich ist jemand, der was alles verwertet. Wir versuchen alles zu verwerten, ja. Wenn ganz viele Äpfel da sind, kochen wir ein, frieren ein und dann gibt es halt dreimal in der Woche einen Apfelstroh. Aber ja, aber das ist gut, weil dann haben wir ihn eh nicht mehr. Genau, dann ist wieder die Saison vorbei. So ist es. Und dann ist irgendwie wieder im nächsten Jahr gefreut man sich dann wieder drauf. Genau, diese Freude auf die Sachen. Wenn alles immer verfügbar ist, dann ist der Gust dann ja auch nicht mehr auf alle, auf die ist dann immer da. Oder also wir gefreut sind immer, wie jetzt freuen wir uns auf die Erdbeeren. Voll. Und die schmecken jetzt dann einfach ganz anders, das muss ich ganz ehrlich sagen, wie irgendeine Erdbeer im Winter, die was echt neu sind. Die Erdbeermarmelade ist nicht mehr da. Und da schauen sie schon. Ja, jetzt müssen wir halt Revisel-Marmelade essen, weil das haben wir noch ganz viele. Und das ist auch bei den Kindern nicht so beliebt, ja. Aber mein Mann mag es ganz liebend gern, ja. Und wir kochen sehr viel ein. Umso ja rum, was wir halt so finden, ja. Und da ist die Oma ganz aktiv. Wir haben das vielleicht noch ein bisschen mehr mitgenommen aus den Zeiten. Ja. Ich glaube, dass irgendwann der Punkt war, wo die Lebensmittel dann einfach günstiger geworden sind, wo man sich überlegt hat, naja, wo ich das jetzt alles mache, händisch, dann zahlt sich das ja überhaupt nicht mehr aus, oder? Nein, da geht es nicht ums Geld, das ist einfach um die Wertigkeit. Ich habe das da und der Zucker und das ist mir einfach wert, meine eigenen Sachen da zu verarbeiten. Weil ich weiß ganz genau, was esse ich? Und wie ja auch immer wieder sagt es in eurem Podcast, es ist so wichtig zu wissen, was ich esse, was ich da einfach auch in mich hineinbringe. Das soll mir ja Energie geben, das soll mir ja gesunde halten. Und dann sind wir wieder bei den gesunden Jahren in Österreich und die sind eigentlich nicht sehr viele gesunde Jahre auf die Lebensdauer aufgezählt, ja. Und dann denke ich mir, da muss ich ja nur schauen, dass das, was ich esse, gut ist. Und wenn ich das um mich herum habe, dann sollte man, die Mühe sollte das dann schon wert sein für einen selber. Und speziell auch, wenn man Kinder hat, ja, dass man einem das dann auch mitgibt, dass das gut ist, ja. Wir essen nicht viel Fleisch, ja. Wir essen schon viermal in der Woche Fleisch, aber nicht viel. Also das ist ein Viertel Fleisch, ein Viertel Beilage in dem Sinn, dass es Kartoffelnreis oder sehr viel Kartoffelnreis oder Nudeln sein, ein Viertel Gemüse und ein Viertel Rohkostsalat. Also das ist bei uns schon so, weil die Männer brauchen dann doch, ja, die brauchen was, die sind den ganzen Tag aktiv. Auch wir Frauen sind den ganzen Tag aktiv. Also von daher an den Kindern kann man dann aus dem eh was zaubern. Wenn das da frisch gekocht wird, ist das eh kein Thema. Ja, bedarfsgerecht ist natürlich klar, wo man körperlich arbeitet, dass man einfach andere Dinge braucht. Generell würdest du sagen, dass im bäuerlichen Bereich gesund, sie gesund ernährt wird durchgängig? Ich glaube, da ist auch noch großes Aufholpotenzial. Was ich so sehe, aber ich kann jetzt nur von meiner, ja, suggestiven Meinung da ausgehen. Was ich so sehe, aber ich glaube, ja. Es ist sehr fleischlastig. Ja. Weil es glaube ich auch von, ja, wir kochen sehr, ja, bodenständig. Bei uns gibt es auch Brat und Schnitzel und ein Fleischknügel. Aber da gibt es halt, der ist halt kleiner und viel Sache anders dazu. Also viel Kraut und viel Kartoffeln und viel Salat. Aber ja, Fleischknügel auch. Und ich glaube, das macht es aus, wie viel man dann von was isst, ja. Das ist das Wichtige. Das ist viel vom Guten und vom nicht so Guten ein bisschen weniger. Aber das braucht man wegen denen nicht verzichten, ja. Das ist ja gerade so gut. Und der Speeg, ja bitte, wenn der Speeg aus ist, dann ist ja nicht so super. Der darf schon da sein, ja. Ja, der Speeg darf nicht rausgehen. Bei uns auch nicht. Was wünschst du jetzt, also neben der Herkunftsgenzeichnung, was du zuerst gesagt hast, was wohl wichtig wäre jetzt an Wertschätzung auch, nämlich dass der Konsument einerseits sich selber entscheiden kann, was er konsumiert und auch einfach, dass man überhaupt erkennen kann, wo Österreich drinnen ist. Was wünschst du noch für dein bäuerliches Leben, beziehungsweise für die österreichische Landwirtschaft? Ich wünsche mir, ja, was wünsche ich mir, jetzt muss ich mir auch überlegen, in dem Sinn, es gibt viele Wünsche, dass man einfach den Menschen das Bedürfnis auch gibt, österreichische Lebensmittel zu konsumieren. Weil das, glaube ich, ist noch nicht so da, dass ich wirklich das Bedürfnis habe und das erkenne, dass das eigentlich das Beste war, was ich machen konnte für meinen Körper. Ja, vielleicht auch, dass man die Kühlschränke öffnet und dass man ganz privat in vielen privaten Haushältern oder überhaupt, dass der Kühlschrank ein Statussymbol wird auch vielleicht, ja. Dass man sagt, okay, ich zeige das her, was ich eingekauft habe. Weil das ist, ein Kühlschrank ist etwas sehr Privates. Das sehe ich nur ich. Oder ist dann derjenige, den ich bekoche, der Gast oder die Familie. Und dass das auch, ja, zum Statussymbol wird, was ich da drinnen habe, dass ich da stolz darauf bin, was ich da einkaufe. Dass ich das immer herzuholen kann. Das ist jetzt kein Billigprodukt aus irgendeiner Aktion, sondern echt bin ich stolz, dass ich das habe bei mir daheim. Und dass ich mir das auch geleistet habe, weil ich mir das wert bin. Das würde ich mir vielleicht wünschen. Das finde ich ziemlich cool. Der Kühlschrank als neues Statussymbol. Jetzt einerseits natürlich im bäuerlichen Bereich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir total unterschätzt. Also da wird ganz genau geschaut. Und vor allem auch, ich finde das immer ganz spannend, dass man sehr oft zum Beispiel auch sagt, dass zu wenig Wertschätzung jetzt, was den Preis betrifft, kommt für das Produkt, was in Österreich produziert wird, zu wenig beim Bauern ankommt. Und ich merke aber sehr oft, dass sehr oft dann selber in Aktion gekauft wird und billig gekauft wird. Und genauso hat man das natürlich bei den Konsumenten von Bies. Also es gibt manche Konsumenten, die einfach sagen, es ist völlig egal, hauptsache billig, weil da ist eh überall das Gleiche drin, wo es nie so ist. Und wo es gar nicht wichtig ist, wo die Dinge herkommen. Es gibt ganz viele Menschen auch, die sehr bedacht schauen, sehr auf die Herkunft der Lebensmittel achten und generell einfach das Lebensmittel an vollem Wert hat. Gewisse Dinge nie in Aktion kaufen. Ich kann das immer nur aufrufen, wieder mal das auszuprobieren. Mal keine Rabattmackerl und keine Aktion zu nehmen. Und es ist wirklich schwierig. Also ich merke das immer wieder. Gerade, wenn man für viele Menschen einkauft, dann sind das nämlich große Beträge, die man sich da sparen wird. Und das wird in einem oder anderen einmal richtig gut tun, dass er das einfach einmal ausprobiert, dass er sagt, da nehme ich jetzt nicht die Aktion und da auch nicht. Und im Endeffekt, dass man sich dann wirklich auch ganz klar anschaut, okay, jetzt habe ich 200 Euro reinkauft und jetzt hätte ich mir gerade 30 oder 40 Euro gespart. Und jetzt habe ich mir es nie gespart, weil mir das Lebensmittel das wert war. Und wenn man das einmal tut, dann weiß man, dass das gar nicht so leicht ist, Wertschätzung zu geben, weil an das nachher fast ein bisschen es liegt. Es hängt immer am Preis. Es ist immer der Preis. Aber wenn wir verstehen, dass der Preis, den was ich jetzt zahle, einfach eine Investition ist in meine Lebensjahre, in meine Gesundheit, wenn wir das auch transportieren können und jetzt so Verständnis geben können, dass das wichtig ist, dass ich dann auch gesund bleibe, gut ins Alter komme, dann Prävention ist überhaupt das Beste. Nicht nur natürlich Körper, sondern auch unseren Lebensraum erhält, unser Land erhält und die Wertschöpfung im Land halt zum Beispiel, was auch ganz essentiell ist, gerade jetzt, ich meine, das stört mir immer so vor, ich weiß nicht so dramatisch, aber ich lebe am Land und ich weiß ganz genau, dass das ein großes Risiko ist, dass irgendwann das Landleben in dem Sinn, der man gibt, Infrastruktur schwindet, Absiedlungen hat man, nimmt man wahr in den vergangenen Jahren, also Landflucht quasi, jeder redet zwar jetzt durch Corona, dass jeder einen Zweitwohnsitz irgendwo hat oder was weiß ich was oder viele Menschen sich irgendwo was kaufen oder aufs Land ziehen möchten, aber richtig durchziehen können das sehr, sehr wenig Menschen, weil sie den Job dann dort nicht haben oder was auch immer und ganz wenig Menschen können, sie nur einen Zweitwohnsitz leisten und das führt eigentlich nur dazu, dass wir überall wirklich tote Landgebiete haben, in dem Sinn, dass diese Zweitwohnsitzler nach zwei bis maximal sechs Wochen im Jahr dort sind und die Infrastruktur durch das auch nicht wirklich beleben. Das heißt, da sind schon große, ich würde nicht mal sagen, Ängste werden ein bisschen zu weit gegriffen, aber es ist schon eine Sicht, wo ich mir denke, das investiere ich eigentlich auch, indem ich sage, ich kaufe österreichisches Lebensmittel oder ich lege mir das eben einfach ins Einkaufswagerl, wo ich gewährleisten kann, dass einfach diese ländliche Struktur einfach erhalten bleibt und da nicht alles in die Ballungsräume komprimiert ist und konzentriert ist und ja, weil man das Landleben eigentlich gar nicht mehr genießen kann, weil man merkt dann schon wieder, wo man rauskommt einmal und wirklich auch am Land dann seine Freizeit verbringen kann, dass das schon ganz viel Energie gibt. Absolut. Da ist auch in dem Buch eine Studie erklärt worden, dass jeder hat die gleiche Operation gehabt und die einen wurden in ein ganz normales Zimmer gelegt mit Blick auf ein Haus, wie es heute in der Stadt ist und die anderen sind in ein Zimmer gekommen, um zu genesen, wo sie ins Grüne schauen konnten. Und die haben weniger Schmerzmittel braucht und sind früher entlassen worden aus dem Spital nach der gleichen Operation wie die, die nicht diese Möglichkeit hatten. Und dann denke ich mir, es ist doch so wichtig, dieses Grün, dieses Land dann auch erleben zu können, das hält uns schon gesund in vielen. Und die Luft, also wir in Österreich, wir haben eine gesunde Luft, wir haben ein Wasser und der Wald natürlich auch. Und das auch zu nutzen, ja. Ich koche mein Essen grundsätzlich mit Holz, mit Feuer auf ein T-Shirt und das ist im Winter super. Im Sommer gibt es bei uns viel Salat, überhaupt wenn es ganz heiß wird, dann wird nicht eingeheizt. Ich habe auch einen Eherd, ja, ich habe auch ein elektrisches Kochgerät, aber grundsätzlich ist das ein ganz anderes Feeling, wenn man damit kocht. Also wie wenn du ein Holz nahe legen kannst. Also wie wenn du einfach einen Plotten einschalzt. Also das alleine schon. Und ich glaube aber, durch Covid hat das auch ein bisschen so einen Ruck durch die Gesellschaft gemacht, dass das Holz auch wieder einen Wert bekommen hat, dass man wieder ein bisschen erdiger wird, zu den Materialien zurückkehrt, dass man wieder ein bisschen gattelt, dass man wieder eine Balkonpflanze hat. Und wenn das schon ein bisschen das Bedürfnis ist des Menschen, dann kann man ja aufbauen darauf. Aber Holz ist auch ganz wichtig beim Kochen. Also für mich zumindest. Also man legt sich alles irgendwie ins Wagerleine, was man an Lebensraum, Umgebung, Gesundheit oder was auch immer haben möchte. Und das bedeutet wirklich viel, viel mehr, als was wir uns vielleicht in so einem kurzen Kaufakt denken. Genau. Das bedeutet mehr als das. Und wenn man das versteht, dann hat man die Wertschätzung und dann hat man es verstanden und dann gibt man ganz gern das Geld aus, was der Bauer verlangt, ohne nachzufragen, wann ist das der oder nicht. Weil um das geht es entschuldigt nicht. Aber ja, ich hoffe es auch sehr, dass die Rahmenbedingungen dann auch gegeben werden, dass die Konsumenten das machen in einer Herkunftskennzeichen. Das wäre für mich ganz elementar. Und Konsumenten sind wir alle grundsätzlich. Die Produzenten sind Konsumenten. Und da müssen wir einfach wirklich durchgängiger werden, dass wir ganz durchgängig werden. An das glaube ich in meinem Menschenleben zumindest nicht. Ich versuche es immer wieder, aber ich weiß nicht, dass ich mich noch annähern kann. Und dieser Lange, das ist auch, was, glaube ich, die Bereitschaft oder diesen Grundgedanken nachher viel eher zulässt, dass man richtiger, optimierter handelt, weil man einfach weiß, man muss nicht immer voll durchgängig sein. Aber man kann in vollen vielen Entscheidungen eine richtige Entscheidung treffen und kann dann auch ab und zu einfach wieder mal eine Entscheidung treffen, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht ganz durchgängig. Aber in den meisten Fällen bin ich voll bewusst beim Konsumieren. Ja, ich bin auch kein Säulenheiliger. Aber ich glaube, dass ich das schon Verantwortung trage für die Kinder, dass ich einer das mitgebe. Und ich habe ja alles, damit ich das verändern kann. Ich habe das Wissen, ich habe die Technologie, dass es denen dann gut geht. Und nur zu konsumieren, weil mir dann die Zukunft eigentlich egal ist, ist nicht fair. Da muss man schon jetzt ein bisschen speziell, was man alles hört mit Klimawandel, wie sich die Welt entwickelt, bei einem selber anfangen und sagen, okay, wie kann ich mich einschränken? Wie geht es, dass meine Kinder gut in die Zukunft kommen? Ich glaube, das muss jeder für sich dann auch entscheiden können. Aber wir hätten die Möglichkeiten und wir wissen, wie es gehen würde. Das heißt, nie zu viel verbrauchen, sondern das zu gebrauchen und das zu genießen, was man braucht. Aber einfach nicht immer über die Massen hinaus konsumieren und verbrauchen, was ich eigentlich gar nicht wirklich brauche. Vor allem dann auch nichts wegwerfen, weil da sieht man eigentlich, dass wir am allermeisten verlieren. Und wenn man wirklich nur mehr das konsumiert, was man echt braucht, dann wird das ganz schön wenig. Und was ich da immer voll schön finde, das macht sich noch so ein Gefühl breit, wo man einfach wirklich eine gewisse Zufriedenheit hat und nicht so eine Abhängigkeit hat, dass man das Nächste und das Nächste und das Nächste haben muss. Und ich glaube, im Augenblick sind wir wirklich auf dem Punkt, wo diese Genügsamkeit und mit dem Auskommen, was man wirklich nur mit dem Notwendigen oder dem, was man einfach braucht und nicht so viel verschwenden, das macht einfach ein gutes Gefühl. Ja, das macht ein gutes Gefühl. Und so versuchen wir auch zu wirtschaften. Also wenn wir das jetzt wieder zurückbringen auf unseren Hof. Wir haben investiert in Gülleaufwertung, in Separation einer Gülleanlage, um einfach das, was wir haben, zu optimieren. Und das nicht einfach auch so zu verschwenden, sondern mit der Separation in separat und Flüssiggülle wirklich gut für unsere Pflanzen zur Verfügung zu machen. Und das war eine Investition, aber wir haben mit dem gearbeitet, was wir haben und optimieren das. Und das ist auch unser Ziel, was wir machen wollen und wo unser Ziel auch ist in der Landwirtschaft, bei uns am Hof. Dass wir mit den Dingen arbeiten und die Technik nutzen und das Wissen nutzen, um das, was wir haben, besser zu machen. Und das wird für mich in meinen Augen Landwirtschaft sein. Weil immer nur dem Alten nachzuhängen ist auch nicht zielführend. Und wenn ich so viele Möglichkeiten habe, da kann ich dann auch diverse Sachen dann noch beimengen, wenn ich möchte oder wie auch immer. Oder nur das nehmen, was ich habe und das zu optimieren mit Einspeisung von Luft, dass ich das durchpumpe, dass die Gülle homogener wird, dass ich sie lange lagere, dass ich sie dann separiere in der Ausbringung. Also von daher gibt es ganz viele Möglichkeiten und Techniken und die muss man sich halt dann so zu eigen machen, dass das passt. Und so finde ich es auch mit dem Konsum. Das muss man dann wirklich mit dem arbeiten, was man hat und das auch kaufen, was da ist. Und die Wünsche, ja, die werden von der Werbung geweckt, wo eigentlich gar keine sind. Ja, da muss man sich ein bisschen mehr auf das besinnen, auf sich selber quasi. Und ich finde das immer voll schön, dieser Gedanke geht einfach in den Kreislauf quasi, also in den Kreislaufgedanken rein. Und im Endeffekt ist es immer so, wo man das wirklich fertig denken kann, wo man es immer im Kreislauf denken kann, dann kann es eigentlich gar nicht falsch sein. Man versucht immer besser zu werden. Wir machen auch nicht alles richtig, aber wir versuchen jeden Tag unser Bestes, das gut zu machen, dass es den Tieren gut geht, dass es der Familie gut geht, dass es dem Boden gut geht, ja, weil grundsätzlich leben wir davon, ja, es ist unsere Lebensgrundlage. Was anderes haben wir nicht. Das ist ein volles schönes Schlusswort vor allem, weil ich finde, dass für mich die österreichische Landwirtschaft auch genau das ist, was du jetzt gesagt hast. Genau das nämlich, dass man einfach in dem Sinne agiert, dass man immer das Beste beziehungsweise das Optimum auszuholen möchte und wirklich sich weiterentwickelt und jeden Tag alles gibt, um das zu produzieren, von dem wir letztendlich auch einfach leben und mit dem wir leben. Ja. Voll schön, Maria, dass du da warst. War wirklich ein voll spannendes Gespräch. Ich finde das voll schön, wenn ich Frauen, mehr Frauen als Gesprächspartnerinnen habe, weil gerade in dem Bereich, wo wir agieren, natürlich jetzt gar nicht so viele Frauen vor das Mikrofon zu kriegen sind und darum voll schön, dass du dich getraut hast, mir da heute in einem Gespräch zu sein. Herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich, Maria, und es hat mich wirklich gefreut. Voll schön. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Fiat euch. Bis zum nächsten Mal. Fiat euch.